950 Euro anrechnungsfreier Verdienst neben einer Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema, hat sich denn jetzt etwas bei der Witwenrente, bei dem Freibetrag, Einkommensfreibetrag Witwen- oder Witwerrente im Jahr 2023 getan? Dann ist der aufgehoben worden, gibt es jetzt hier einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst oder wie auch immer? Nein, meine Damen und Herren, grundsätzlich bleiben die Regelungen der Einkommensanrechnung auf eine Witwenrente oder Witwerrente gleich, da hat sich nichts geändert. Bitte lesen Sie in § 97 SGB VI nach, das ist die zentrale Vorschrift für die Einkommensanrechnung. Dazu gibt es dann noch in gesetzlicher Anwendung die § 18a bis e, glaube ich, SGB IV, da gibt es auch nochmal Vorschriften zur Einkommensanrechnung auf eine Witwen- oder Witwerrente oder Erziehungsrente. Das heißt, wenn Sie ein Nettoeinkommen in den alten Bundesländern von rund 950 Euro neben der Witwenrente haben, wird dieses Nettoeinkommen nicht an die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Übersteigt Ihr Nettoeinkommen, das kann ein Renteneinkommen sein, das kann ein Arbeitseinkommen sein, wie auch immer, diese 950 Euro wird dann der da drüber liegende Betrag um 40% an die Witwenrente oder Witwerrente angerechnet. Im Osten ist der Einkommensfreibetrag etwas geringer. Wie errechnen Sie den Einkommensfreibetrag? Sie nehmen einfach 26,4, multiplizieren das bitte mit dem Rentenwertfaktor, der für Sie gilt. Das heißt also im Westen 36,02 und im Osten 35,52 Euro. Es kann sein, dass möglicherweise auch für Sie noch ein zusätzlicher Freibetrag on top obendrauf kommt, nämlich ein Kinderfreibetrag, wenn Sie ein Kind bis zum 18. Lebensjahr in Ihrem Haushalt haben und das auch noch erziehen. Dann gibt es noch einen gesonderten Freibetrag on top drauf. Aber nochmal, um das ganz klar zu sagen, es gibt keinen Wegfall der Einkommensfreigrenzen bei Witwen- oder Witwerrenten. Es bleibt so wie es ist. Bitte denken Sie auch daran, dass Sie Änderungen oder neuen Erwerb neben der Witwen- oder Witwerrente der Rentenversicherung melden. Wenn Sie das nicht machen, kann es zu bösen Folgen kommen. Ich habe sehr viele solcher Fälle auf meinem Tisch liegen und das ist manchmal wirklich nicht angenehm, zumal es da auch um hohe Rückforderungssummen geht, wo die Leute zum Teil nicht wissen, wie sie das jemals wieder zurückzahlen sollen. Also daran denken, Freibetrag maximal 950 Euro im Westen, Nettoeinkommen neben der Witwen- oder Witwerrente und wir reden hier von einem Gesamteinkommen. Das kann also Rente sein, das kann Einkommen sein, das kann beides zusammen sein, das können auch verschiedene andere Einkünfte sein, soweit sie denn anrechenbar sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.